So, ich habe hier gerade ein Video gedreht. Ich werde mal wieder zurückgehen. Übrigens ein Video über eine Preisgeschichte hier in der Türkei über die Grundnahrungsmittel. Da habe ich dann ein bisschen so ein Zusammenfassungsvideo gemacht. Das könnt ihr auf meiner Finanzakademie angucken. Im Übrigen, ich interessiere mich jetzt hier aber für diese Tische. Da haben wir einmal den für 149. Das ist aber kein Tisch, wie ich gerade sehe. Das sind diese türkischen Tische. Davon hatte ich euch schon mal erzählt. Man macht ein Tuch auf die Erde und dann legt man diesen Tisch dorthin und dann setzen sich alle da drunter. Also das ist quasi so ein Tisch für die Erde. Den will ich ja nicht. Ich will ja einen größeren haben. Und der würde dann 279 kosten. Dieser hier nehme ich. Tja, aber das ist mir jetzt echt ein bisschen zu groß. So viel wollte ich auch nicht ausgeben. Ich dachte, das sei so ein kleinerer Tisch. Ist es aber nicht. Das sind diese türkischen Tische für den Sufra. Den kann man auch nicht lang ausziehen, leider. Na gut. Ich habe den Tisch jetzt doch mitgenommen. Deshalb habe ich meine Kasse wieder ordentlich eine Lücke reingerauen. Aber das ist kein Problem. Ich habe mich eben mit den Verkäuferinnen ein bisschen unterhalten. Die kommen nämlich auch aus dem Gebiet, wo mein Mann herkommt. Und da hat man ja so einen eigenen Dialekt. Na ja, Pium, Idiom. Und da haben sie mich gerade so ein bisschen unterstützt, dass sie auch daher kämen und das immer ganz süß finden, wenn ich da hinkomme und diesen Dialekt spreche. Ja, aber ich habe jetzt den Tisch genommen. 275 hat der gekostet. Insgesamt habe ich knapp 300 bezahlt mit den Zwiebeln und dem Mann. Und gehe jetzt nach Hause den Berg hoch mit dem Tisch. Ja, das gestaltet sich vielleicht ein bisschen anstrengend, ist aber kein Problem. Wie gesagt, ich mache alles alleine und da brauche ich auch keine Hilfe. Und selbst wenn so ein Mann da zu Hause ist, den rufe ich ganz bestimmt nicht. Jetzt aus dem Pool, damit er mir hilft. Das alleinste Frau. Ehrlich, ne? Der Medizin ruft wieder zum Gebet. Hier kannst du übrigens in der Moschee nur beten. Wenn auch genau die Zeit ist. Ansonsten schließen sie die Moschee ab. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Weil normalerweise sind die ja immer auf. So. Jetzt muss ich aber die Kamera mal weglegen. Weil sonst wird es tatsächlich zu anstrengend. So, jetzt habe ich den Tisch mal hier hingestellt. Bin hochgetragen. Und versuche jetzt mal mein Glück hier. Wieder so ein komisches Viech. Ay, ne gut. muito. Ich will nicht. Tai. 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 dann kann ich nämlich mein tisch hier wieder weg stellen und das jetzt irgendwie hier so platzieren dass man hier eine sitzecke jetzt immer wahrscheinlich auch irgendwie noch mal weil ich mache ja immer meine füße jetzt gehen wir erstmal rein und ich werde mal ein bisschen was kochen so ne man ist wohl bestimmt schon duschen abgeschlossen das heißt der duscht wahrscheinlich da komme ich nicht rein leute das ist ja durch ich habe auch kein schlüssel mit der steckt auf der anderen seite kein schlüssel mit bin ich ausgeschlossen das habe ich mit meinem ding gemacht schlüssel steckt auch gar nicht gucken den ich mit weil ich dachte die tür ist offen hundertprozentig er ist in seinem zimmer und redet mit seiner frau das kann auch sein mal gucken der duscht jo der duscht Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ist das nicht Russisch? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Du bist nicht klein, du bist nicht so großartig. Guck. Na gut, dann müssen wir warten, hier wird alles nix. Ich durfte wieder rein, bin wieder rein gekommen. So, also, was haben wir gekauft? Einmal den Tisch, den finde ich jetzt richtig schick, guckt mal an. Jetzt kann man da auch immer schön mal essen, kann da dann auch raus gucken. Guckt, der Schirm ist noch nicht ganz so optimal, aber jetzt kriege ich einen Anruf, da muss ich jetzt einmal ran. Das ist mein Adress-Handy. So, das ist mein Essen. Kann man da nicht Licht anmachen? Nee, komisch. Naja, ich werde das jetzt essen und meinen Sohn. Man hat schon, ich habe euch jetzt hier auf mein Computer mal gestellt, ich wollte die Kamera ausprobieren. Ich bin gerade am Schnitt meiner Videos angelangt für morgen und ich kann euch versprechen, dass die Qualität der Videos um einiges besser ist, als ihr das gewohnt seid. Also das iPhone 13 hat eindeutig eine bessere Kameraqualität, eine bessere Tonqualität. Also iPhone 13 ist auf jeden Fall besser als iPhone 12, finde ich jedenfalls. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das fandet, wie ihr meine Videoaufnahmen, ja, wie das war für euch. Könnt ihr mir dann bitte mitteilen, ob euch das gefallen hat, ob das jetzt besser war. Ich jedenfalls im Schnitt empfand das als wesentlich besser. Also ich habe auch meine Schnittsoftware geändert, obwohl ich damit noch nicht so gut zurechtkomme. Aber ich glaube, dass die Schnittsoftware erstmal sehr viel schneller das Video rendert und zum Zweiten eine viel höhere Auflösung präsentiert als meine alte Schnittsoftware. Und insofern denke ich, dass wir damit uns allen eingefallen getan haben, sowohl die Schnittsoftware zu verändern als auch natürlich die Kamera. Allerdings ist meine Kamera auch, mein anderes Handy auch echt strapaziert worden. Wie gesagt, ich habe seit zwei Jahren damit tagtäglich, stundenlang gearbeitet. Das ist ja mein Arbeitsgerät und manchmal ist es die ganze Nacht an. Also es war schon oft runtergefallen und ich glaube, da kann man dem verzeihen, dass er langsam in Rente gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche das Handy unbedingt, weil ich zwei Handys brauche zum Arbeiten hier in der Türkei. Ich muss euch auch sagen, dass mein Internet zum Glück ratten schnell geworden ist, seit die Leute da gestern gearbeitet haben. Das ist überhaupt kein Vergleich. Meine Videos sind irre schnell hoch, was heißt irre, aber sehr viel schneller hoch als sonst. Und ich kann auch einfach besser und schneller arbeiten. Und da ich jetzt zwei Handys habe, kann ich auch mit beiden hantieren sozusagen. Ich werde auch meinen Blog jetzt wieder gut schreiben können, weil eben das eine Handy ja frei ist. Und da das Internet auch funktioniert, hoffe ich, dass das dann auch klappt mit dem Blog jetzt. Den werde ich vielleicht heute oder morgen schon starten, mal gucken. Und ja, insofern alles gut. Und ich hoffe, dass das auch bei euch ankommt soweit. Ja, es ist etwa 11 Uhr, schon relativ spät. Und ich muss euch auch sagen, Leute, dass es hier sehr viel ruhiger wird jetzt langsam. Erstmal ist es auch ein bisschen kühler, habe ich das Gefühl. Abends ist es nicht mehr ganz so schwül heiß, wie es noch am Anfang August war, finde ich. Hier oben in den Bergen jedenfalls, unten mag das anders sein. Und ich glaube auch, dass die Ferienzeit ihr Übriges getan hat. Also es sind nicht mehr so viele Leute hier auf der Straße. Und ich glaube auch, dass viele nicht mehr auf dem Balkon sitzen und sie einfach drin sind. Und dass sie vielleicht auch schon schlafen gehen. Das ist auch bei denen so eine Art der Alltag eingekehrt. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja jetzt auch schon relativ spät. Oma wird auch schlafen gehen. Ich gehe jetzt auch gleich ins Bett. Aber ich habe noch einen Flockteil zu schneiden. Das mache ich noch. Sohnemann sitzt da auch noch am Handy. Und ja, morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist Freitag. Die Woche ist wieder um. Also es ist wahnsinnig schnell die Zeit hier vergeht. Und das ist so, als hättest du die wahnsinnig schnelle Zeit, die sowieso schon existierte, noch einmal hochgehoben und nochmal so einen Schub gegeben. Und das läuft ja jetzt nochmal doppelt so schnell. Das ist echt Wahnsinn. Ja, eigentlich bin ich hierher gekommen, um nochmal so ein bisschen rauszugucken. Wie gibt es jetzt zu gucken? Alle Kinder sind im Bett. Hunde sind auch schon ausgeführt. Und jetzt ist alles tot hier. Klimaanlagen laufen aber noch, man hört sie. Ja, ich wollte ja eigentlich noch mit dem Jungen runter. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht runter will. Weil sein Vater hat gesagt, er soll sich ein paar Klamotten kaufen hier. Das hätte er wohl mal nötig. Und ja, aber wollte nicht runter. Er ist eben nochmal eben so den Berg so ein Stück spazieren gegangen. Aua. Da hat er gesagt, ui, das reicht mir. Wollte nicht runter. Ich wollte auch mit ihm zum Meer heute, aber das wollte er auch nicht. Da kann man nichts machen. Ja, ohne Auto ist nicht so toll. Ja, naja. Gucken wir mal. Vielleicht fahren wir im Bus mal nach Alanya rein oder so. Gucken. Aber es ist halt tagsüber, es ist auch zu heiß, ne. Also da hast du echt zu nichts Lust. Es soll ja auch so heiß bleiben. Ich habe geguckt, die ganze nächste Woche bleibt es über 30 Grad. Mal schauen, wie wir das so machen. Ansonsten kann er auch alleine gehen. Also muss ja nicht mit mir. Kann er ja alleine runter ein bisschen bummeln. Vielleicht geht das besser. Ich habe auch kein Geld mehr. Ich habe alles ausgegeben heute. Antelle, was ich noch hatte. Musste ich unbedingt morgen wieder Geld tauschen. Ich hatte noch so ein bisschen Kleingeld. Ich weiß nicht, 150 oder so. Habe ich ihm eben gerade gegeben. Der wollte noch in den Kiosk. So. 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 Ein Motorrad kommt. So. Ein Auto. Ein Taxi. So. 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 Jetzt kommen da Leute. Doch noch was los. Die packen Tüten ins Auto. Und fahren jetzt weg. Glaub ich. Der Motorradfahrrad. auch eine Tüte in der Hand, der steigt aus und geht nach Haus. Sie haben sich gegrüßt. Jetzt geht sie zum Müll, schmeißt irgendwas ab. Doch noch was los hier bei uns. Das Taxi dreht wiederum. Der hat einen Mann abgesetzt, der geht jetzt auch nach Haus. Und auf der anderen Seite ist jemand auf dem Balkon. Hier gegenüber auch. Ordentlich was los, sag ich doch. Doch noch nicht alle wieder zu Hause. Naja, aber wir gehen jetzt ins Bett. Ich wollte eigentlich noch im Pool, hatte ich überlegt, aber ich habe keinen Bock. Ich habe heute alle Matratzen hier, hätte ich fast gesagt. Die Auflagen habe ich gewaschen. Die sind alle nass, die müssen drücken. Deswegen habe ich da heute gar nicht gesessen, heute Abend. So, ich könnte auch noch mal im Pool, aber dann kann ich nicht schlafen, oder? Soll ich noch mal im Pool zum Abschluss? Dann noch mal schön duschen. Da können wir ernst Gott, ne? Können wir machen. Okay, ich gehe noch mal in den Pool. Ja, ja, das machen wir. Ich gehe noch mal ins Wasser. Willst du mit? Obwohl, vielleicht haben wir kein Wasser mehr gleich. Das kann sein. Ja. Gucken wir mal, ob wir Wasser haben. Wenn ja, dann gehe ich noch mal rein. Wenn nein, dann natürlich nicht. Ich glaube, der Sohn will auch noch mal rein. Das ist elf. Das ist dunkel heute. Das ist doch egal. Ihr seht nichts, aber ihr hört mich ja. So. Ja, wir haben was dann. Wasser holt. Dann gehen wir noch mal schnell rein. Das könnte nämlich jeden Moment vorbei sein. Gut, jetzt ziehe ich mich mal eben um und dann gehen wir noch mal schwimmen. Willst du nicht noch mal rein? Nee. Nee? Wasser läuft noch. Noch läuft es. Noch läuft es. Aber wenn es jetzt gleich aufhört und weg ist, ist es kacke. So. Stell ich euch da mal hin. Schreien. Wenn dir das jetzt nicht mehr hier interessiert, dann kann ich aufhört und weg sein. Schreie. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Ja, da hinten. Da hinten. Ich schreie. Puh. Man, ich schreie. Ja, da hinten. Das ist die Pils. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.